hallo und herzlich willkommen bei reddoggambles ich bin natürlich auf die nach dem ticket und heute habe ich das spiel 8 pool ball viel spaß 8 ball pool viel spaß los geht es kostenlos spielen ich muss den ball da rein kriegen vielleicht so bleib stehen aber blau immerhin gut gemacht dankeschön sag ich jetzt noch mal da ich so gut getroffen habe leider nicht na gut dann geht es weiter gratis spielen start und drei teile gratis danach kostet es 8,50 pro woche 17 euro in zwei wochen wären also 34 euro im monat erst mal die geschenke annehmen und selber noch mal freunde einladen geschenke senden gratis münzen senden senden und geschenke am fordern gut dann habe ich hier eine kiste noch zum öffnen ein mini spiel drehen und gewinnen dann drehen wir mal münzen okay besser als gar nichts habe ich noch ein rubbelose eine rubbelose rubbeln und gewinnen null nein schade dann scheint mir erst mal den hier tokio ich habe noch einen von moskau gratis belohnung so video anschauen kriegst 750 video anschauen video anschauen video anschauen jetzt nicht club senden am wasser tisch vier leute ich habe hier auch noch werbung hier ist noch vier vier mal video angucken unten nicht jetzt ein spieler gegen ein spieler miniclip ich bin in ein spieler oh shit 200 der vergangenen saison ein danke gut dann jetzt das spieler wir sind in welcher liga die haben wir geschafft tokio wir sind in las vegas starten wir mal das turnier 10.000 einsatz der gegner ist dran bitte gib auf du hast wieso keine chance oh zwei volle weg und wer den rein macht hat er drei bälle weniger oder den was macht er da ja ok er nutzt die zeit ich hab die halben gib alles mach mit karochen und am pflichtweiß auch noch ein oh man muss immer immer angehen wo der ball reingeht ich würde sagen die blaue da oben rein die wird wahrscheinlich abheilen ich kann nur die anspielen oh war die falsche patsche noch aber wenigstens eine kugel von mir mhm mhm jetzt müsste die gelbe da oben reinsetzen und dann kommt aber einer brau nicht ran die ente er hätte wahrscheinlich die brau da unten reinschießen sollen oh oh der ist gut Aber ich habe faul gemacht. Oder? Nee. Faul ist nur, wenn ich eine Kuh ins Falschloch schieße. Er hat gesagt, um links. Und das wird so spitz. Und das wird so spitz. Und der geht da rein, hoffe ich. Müsste so passen. Dann geht der da rein. Hoffe ich auch. Müsste so passen. Bisschen mehr Schwung. Dann geht der da unten rein. Das ist mein Untergang. Wer müsste hier vorne? Wo landet ihr? Da unten. Da rein. Wie soll das gehen? Na ja, er machte schon. Okay. 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 So. 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 Oh, 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 das wird jetzt schwer, am besten der da, hoffe ich. Und, 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 nein, das gibt es doch nicht. Und den setzt du da unten rein, dann. Ja, und dann mit voll Karro, sonst verhungert er unterwegs. Glück, 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 Glück für mich. Jawohl. Gewinnen. Das war aber richtig knapp. Die nächste Runde. Ich muss zwei Spiele hintereinander gewinnen. Und hier brauche ich noch 48 Pokale. Oh, ich habe 13 Pokale gekriegt. Bronx-Liga. Champion 1. Oh. Oh. Ich bin in einer... Oh. Silberling. Eine Kölverbesserung. Ach stimmt, die eine vorhin. Die hat dich noch gar nicht aktiviert. Ne. Und da. Und da. Und dann mal los. Oh. Oh. Ich habe in Silberland gekriegt. Ich muss mal noch absteigen. Ich hoffe nicht. Jakarta. Oh. Da wird sich meine Frau freuen. Na, jetzt bin ich erst noch in Las Vegas. Ich muss noch ein Match gewinnen. Bitte lass den Gegner verlieren. Bitte lass ihn verlieren. Oder aufgeben. Er ist Level 17. Ich bin Level 17. Aber er hat schon den Gold dran, ja. Halb und voll. Hm. Ich glaube, ich nehme einen an. Köln. Warte ne. Ich lass den. Ich hab den Krokodilköl. Hört sich doch gut an. Ähm. Ich hab die vollen. Er ist noch dran. Warte. Ah. Da oben. Wem macht er denn da? Ah. Oh. Lass mal gucken. Der geht nicht. Geht nicht. Der Rote. Oder Orangene sicher geht. Ne. Der Rote. Da oben. Ah. Ich tue erst mal, ob ich, äh, wenn ich spielen kann. Sack die Tasche an. Ich hab immer auch zwei Probleme mit hier. Mit den Mitteltaschen. Dann nochmal probieren. Den Rote. Aber jetzt, äh. Ja. Wann kommt jetzt der da oben dran? Hm. So. Wirst du passen? Okay. Jetzt. Hm. So. Wirst du passen? Ich bin sowas von schlecht. In Wirklichkeit hätte ich das natürlich geschafft. Aber sowas von. Tay. ился. Oh. so jetzt hat er den plomb freigemacht wird er da reinsetzen genau den gelben könnt ihr hier unten reinknallen bisschen kraft wenn es geklappt hätte den grün da unten rein nein was ist nur los heute keine kraft der ist genau auf der kante das kann nicht sein wir sehen uns nochmal schwarze berühren als erstes darfst du nicht das wird jetzt schwer das wird schwer es geht aber wird schwer das war die falsche Kugel ins falsche Loch oder? das war schon die richtige Kugel von mir ab danach die schwarze Einlochen schafft man auch aber wird bestimmt ein bisschen schwierig auf die lange Distanz er probiert unten rechts, ist das auch clever die weiße muss aber auch rein, dann habe ich gewonnen ich habe noch vier Punkte verloren vier Punkte verloren ich muss noch ein Sieg trotzdem, ich möchte meine Kiste wieder voll haben Sliga, Sliga 1, oh ich darf anfangen machen wir hier so den Start meistens und mit Vollpullen voll und ich bin doof alles ich bin dran ok doch dann muss man anfangen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin zwei stück eine da schau wir mal, das müsste passen das sind auch 20 Punkte wert und er ist Level 104 ich bin gerade mal 17 gut, ich habe jetzt meine Kiste gewohnt wo ist denn die hin? Abholen, Abholen, Belohnung, Abholen da ist er ich dachte, ich würde hier eine Kiste kriegen na ja und einsammeln nächstes ist er gerade da ich muss die Kiste frei komm, noch ein Spiel letzte Runde das ist erst Level 11 oh volle Brille voll und dann habe ich so einen Abschluss gemacht, dass sie 8 Minus noch am Anfang gleich recht war ja das war ja gar nicht dann geht die weiß noch auch rein oh, gekloppt ich habe Halb gut überlegt die 8 ist sicher ähm die 13 wäre da oben gut die 12 da die 9 da die 15 oh Dankeschön habe ich wenig Arbeit das ist ein bisschen doof hm das ist ein bisschen doof halb, halb die 8 die 8 muss die 8, die 12 die 8 kommt zum Schluss jetzt muss die rote da hinten rein oder die grüne oder die blaue da rein das ist so es geht du bist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen doof jetzt von der position aus den zu spitz spielen wird wahrscheinlich nicht gehen wird das so langsam ich doch ich müsste den probieren oh naja naja okay das werden wir schaffen mit dem gelben ball ok das ist nur los ja auf der linie wieder stehe ich mich ich bin fertig mit der schwarzen kugel aber da kommt er vorbei oh danke schön was machen wir denn das hier ist nur ein herumgekrepe gerade ne puh super hier unten einfach rein knallen macht er wirklich faul er hat meine auch eingelocht so saufend da hinten da unten und er muss da rein das wird jetzt gefährlich da 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 der liegt aber beschissen jetzt können wir mal nach oben rechts spielen mit dem und er spielt den kugel nach unten rein über bande wird er wahrscheinlich sowieso aus Versehen machen und der wird nicht reingehen das hat er falsch gespielt jetzt kann ich die kugel verschieben da 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 haben wir dann noch nicht gewonnen ha du shit belohnung holen belohnung holen belohnung holen was ist gesperrt ich muss freischalten nein warum habe ich denn das spiel gemacht denn spiele ein turnier ja wieder einspielen einen kill mit einer zeit von 3 äh ja mit einer zeit von 3 oder höher na gut na gut aber immerhin habe ich gewonnen und wie viele punkte finden wir noch 74 ich habe 2 siege dann habe ich die 100 erreicht und dann bin ich in Chakato abholen las vegas kiste oh wieder ein kill fertig schön dann werden wir noch aufwerten den kill 480 sammlung 890 küls habe ich von 960 nicht schlecht ich habe mit den konkurrieren gespielt jetzt als nächstes ist der einfache Anschein dran kann ich natürlich auch wechseln länder küls kann man kaufen kann man kaufen doch indonesische muss es den Jakarta Dänemark ich finde Deutschland kriege ich immer Indien indonesischer kül schön die wir kosten 70 4 k äh 40 4 k 32 Naja, egal. Ich würde mal sagen, ich beende das Spiel. Geht nicht. Beenden. Hol mein Ticket noch und sage Dankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du nichts mehr bei dir selbst. Bis dann, bis dann, bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.